Ja, ich war nicht nur einfach Mitglied in der Kirche, ich war auch engagiert in der Jugendarbeit, habe viel Musik gemacht. Aber die Recherchen, die ich journalistisch gemacht habe zum Thema Missbrauch, sexualisierte Gewalt, die haben mich erst zu einer inneren Distanz gebracht und dann letztlich zu dem Schritt, dass ich sage, ich will das nicht mehr unterstützen, ich will keine Komplizin sein. Ich will nicht, dass mit meinem Geld Anwälte bezahlt werden, mit denen man gegen Betroffene vorgeht.